Zusammen mit Gregor Lang ist er auf diese Weite gekommen und das Warten, das Warten lohnt sich immer. Robert Mattea aus Sakopane. Er hat zwar die Erfahrung, die man normalerweise braucht, nur Erfahrung ist eben nicht alles. Auch Mattea ist ja alles andere als gut geflogen bislang. Ja, Mattea hat ja auch nur einen guten Wettkampf eigentlich gehabt in dieser Saison. Alles andere war mehr oder weniger. Ja, 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 ja. Von A bis Z verkorkst. Apollonis Tena. Er weiß natürlich auch, und wir wissen das auch, dass hinter Adam Malsch eine unglaublich große Lücke klafft. Die ist eigentlich noch größer geworden in den...